Auch heuer wieder findet der beliebte Baubranche von Spreizerbau statt, damit es Ihnen gut geht beim Bauen. Samstag, 17. November bei Spreizerbau in Ipsitz. Es geht um professionelle Planung, um kalkulierbare Kosten und um das gesamte Angebot von Spreizerbau. Die Mitarbeiter stehen für alle Fragen bereit. Vorträge gibt es von Niklas Bruckner, Spezialist für Haustechnik, Franz Gugerell, Spezialist für Bauen, Wohnen und Energie und Wolfgang Resch, Spezialist für wertbeständiges Bauen. Eine Kinderbetreuung kümmert sich während der Vorträge um ihren Nachwuchs. Anmeldungen erbeten telefonisch oder per Mail unter welcome-at-spreizer-bau.at, damit es Ihnen gut geht beim Wohlfühlbauen. Baubranche von Spreizerbau.